Herzlich Willkommen in der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungskirurgie des St. Marien Krankenhauses Aarhaus. Mein Name ist Prof. Dr. Matthias Knobel. Ich bin Chefarzt der Klinik. Wir bieten alle gängigen und aktuellen Verfahren bezüglich Diagnostik und Therapie. Wir sind zertifiziertes Traumazentrum, arbeiten somit auf dem allerhöchsten Standard und Niveau. Wir haben uns dem Gedanken des multiprofessionellen und Interdisziplinenarbeitens verschrieben, was insbesondere den Patienten zugutekommt. Sollten Sie in Zukunft in irgendeine medizinische Notsituation geraten, hier in der Umgebung von Aarhaus ist mein Team jederzeit für Sie da und wir sind Ihr Ansprechpartner vor Ort.